Das ist für dich, 6-5, Berlin, 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 komm! Was ich sah war so grandios, er transformierte sich, nachdem er Fäuste in die Pfand schob. Kritiker, wir titeln ihn als ganz bloß, sein allgemeines Wissen ist locker 100 Mann groß. Jeder konzentrierte sich, wenn er die Hand hob, er steht keinem was, er ist wie ein Phantom. Ich bestätige, er hält nix von Gangcodes, dieses Game ist so schwierig, so wie Pesto. Mexikanische Kartellen machen Fitna, er hält nix von Churchill und hält nix von Hitna. Rapper schmelzen wie Käse auf ner Pizza, der Prototyp zerschötert Beats wie in einem Mixer. Seine Strategie ist Heavy Metal, ihr wollt'n Rap Battle, er will Bretterpreschen, Boom. Entregn am Halbflocker 10 Kilo Ketten, sein Nacken ist monströs mit die Skyline Manhattan. Wer kommt mit dem Turban im Versace-Tress? Wer stürmt mit Kamelen deine Party jetzt? Wer geht ohne Mikrofon auf Tour? Sag mir, wer trägt eine steinbesetzte Uhr? Wer, wer kommt mit dem Turban im Versace-Tress? Wer stürmt mit Kamelen deine Party jetzt? Wer geht ohne Mikrofon auf Tour? Sag mir, wer trägt eine steinbesetzte Uhr? Wer, wer komplizierte Strategien werden praktiziert? Ich bin der, der das Mittelmaß nicht akzeptiert. All die Rapper schieben Welle, doch sie animieren. Wenn ich komme, wird die ganze City alarmiert.